Hallo, ich bin die Hanni. Herzlich willkommen auf meinem Kanal und an alle meine Abonnenten und Zuschauer, die mich länger verfolgen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Und zwar habe ich hier von Lamea den C-Cosmetics Adventskalender, den kleineren. Es gibt immer zwei. Einmal den großen und einmal den kleinen. Den kleinen mal zum Ausprobieren, um ein bisschen mal die Marke kennenzulernen. Und den großen hat man dann wahrscheinlich Originalgrößen drin. Ja, und ich habe den noch nie gehabt die letzten Jahre. Das ist jetzt Premiere. Und ich dachte so, ich wollte mir den schon immer mal angucken. Ich hatte schon mal von Lamea mal eine Gesichtscreme gehabt und die war wirklich toll. Und eine Bodylotion, die hat mir auch sehr gut gefallen. Also bis jetzt mehr hatte ich noch nicht gehabt. Und ich dachte so, oh komm, die probierst du mal aus. Lamea ist halt auch Meereskosmetik, Marinekosmetik. So wie Dalton. So in etwa. Ich glaube, Dalton ist noch ein bisschen höher. Also vielleicht, ja, aber gut, wenn man halt den großen Adventskalender von Lamea vergleicht mit dem Dalton Adventskalender, so von der Preisklasse her, ist es fast ähnlich. Und genau. Und ich habe mir überlegt, wir gucken uns mal den Kleinen an. Und der kommt sehr hochwertig. Da war noch so eine Banderole drum. Hat 79 Euro gekostet und hat einen Warenwert von 241 Euro, ihr Lieben. Na, da bin ich ja mal mega gespannt. Der kommt hochwertig. Hochwertig. Den kann man so aufklappen wie so ein Buch. Ist mit Magnetverschluss. Und guckt euch das mal an. Schön, oder? Sehr hochwertig kommt er daher. Die Boxen fallen nicht raus. Die sind fest drinne. Die sind fest reingesteckt. Ist richtig aus. Robuste Pappe. Und, oh schön. Ich finde den so schön. Der ist richtig schön. Der sieht erwachsen weihnachtlich aus, ne? Hat nicht so dieses kitschige Design. Finde ich aber trotzdem schön. Ich weiß noch nicht, ob ich mir den nochmal hinstelle. Aber ich denke, ja. Ich werde mir den nochmal hinstellen. Das hat der einfach verdient. Weil der sieht einfach schön aus, ne? Und genau, dann packe ich die Produkte nämlich wieder zurück. Und ich will die unbedingt mal austesten. Und dann halte ich euch mal in einem Monatsaufgebrauch. Je nachdem, wann ich die Produkte aufbauche. Denn auf dem Laufenden. Und wenn du das nicht verpassen willst, so ein Monatsaufgebrauch. Jeden Monat, ne? Weil Adventskalender... Adventskalender-Unboxing mache ich ja nicht. Jeden Monat. Das mache ich ja bloß jetzt, ne? Saisonzeit. Sondern dich auch noch andere Videos von mir interessieren. Ich lasse dir mal in der Infokarte hier oben. Bis zu 5 Infokarten durchlaufen. Da kannst du mal gucken, was ich hier noch so treibe. Würde ich mich freuen, wenn du dieses kleine, aber feine Kanächen abonnierst. Glöckchen anmachst, nicht vergisst, ne? Dann informiert dich nämlich YouTube über ein Video. Das nicht so funktionieren, dass YouTube dich informiert. Da kann man sich nicht immer so drauf verlassen. Ich bin oft bei Instagram. Da bin ich nur privat unterwegs. Und da lasse ich sofort meine Abonnenten und Zuschauer wissen, sobald ich ein Video hochgeladen habe. Da könnt ihr euch mehr drauf verlassen, wie als wenn ihr YouTube die Benachrichtigung einschaltet, ne? Genau. Aber wie gesagt, da müsst ihr Anfrage stellen. Da ist kein öffentliches Profil. Und ich würde sagen, wir gucken in das Schätzchen mal rein. Und ich freue mich, hier werden noch viele Ampullen drin sein. Das weiß ich. Wie gesagt, es gibt dann immer noch einen großen. Schön. Es gibt dann immer noch einen großen. Den gibt es jetzt, glaube ich, noch nicht. Seid mal da nicht so voreilig. Also den großen, das ist der vom letzten Jahr, den sie hier immer noch so anzeigen, ne? Wenn ihr jetzt mehr Adventskalender eingebt. Ähm, zieht man auch keine vorherigen Schlüsse und wartet mal noch ein bisschen ab? Oder wenn der mal im Sale ist, weiß ich nicht, ne? Da kann man ja noch ein bisschen warten, weil die sind nicht immer so schnell ausverkauft. Die gibt es immer noch eine Weile. Es kann sein, dass sie vielleicht ein bisschen die Bestände minimiert haben bei Lamea, weil sie gesagt haben, gut, die gehen in den letzten Jahren nicht so weg. Dann kann es sein, dass es vielleicht ausverkauft ist, ne? Aber, ja, ich packe euch einen Link unten in die Infobox. Da könnt ihr ihn direkt bei Lamea bestellen. Könnt ihr einfach mal gucken. Genau. Ähm, ja, ne? Aber vielleicht guckt ihr euch das jetzt auch erstmal an und guckt, was hier so... Wenn es ganz schön windig heute und warm ist es. Ich fange an. Ich schnacke schon wieder viel zu lange rum. Los geht's mit der 1. Ihr wollt gucken, ne? Also die Zahlen findet man ja gleich, ne? Also die sind ja so... Ja. Ich wollte den eigentlich für nächstes Jahr nochmal befüllen, aber die Boxen sind ganz schön klein. Auf eine Art ja gut. Die sind dann auf dem Produkt abgestimmt. Und hier kann man schon ahnen, was denn in der 1 drin ist, ne? Ja. Vielleicht packe ich dann nächstes Jahr einen Ampullen-Adventskalender. Mal gucken, ne? Aber so, jo, ist der doch ganz schön. Genau. Oh, sehr gut. In der 1 haben wir mit Abbruchhilfe. Und damit die nicht so umherpurzelt, ist hier drinne in der Verpackung dann halt so ein Pappdings drinne, was so ein bisschen auffällt, dass es nicht umherpurzelt. Der Karton war auch gezeichnet mit Vorsicht, Lars, bitte vorsichtig umgehen mit diesem Brotenband. Das fand ich gut, ne? Weil man hat ja nun mal... Ampullen sind nun mal aus Glas und die können kaputt gehen. Wir haben hier einmal 2ml Ampulle. Die Hyaluron-Ampulle. Okay. Ne? Oh, die sieht schön aus. Schön blau wie das Meer. Und dazu Abbruchhilfen. Ich kann mich mit Abbruchhilfen zuschmeißen. Ich kann euch das sagen. Weil jede Menge... Die ist etwas größer, ne? Die Sonne blendet so. Ich hoffe, ihr seht das nicht so in dem Video. Und hier haben wir einmal... Oh, Marine Breeze Handcreme, äh, Handpflegecreme, ne? Genau. Und, ähm... Uh, sehr schön. Da freue ich mich, die auszuprobieren. 30ml sind die enthalten, ne? Ist ja auch wieder schönes Packaging. Cuxhavener Wattenmeer. Made in Germany. Also, die Sachen sind halt in Deutschland hergestellt, ne? Gut. Damit ja auch... Der ein oder andere will das ja wissen, ne? Und, ähm, ist aus Meeres-Schlick-Extrakt, Meerwasser- und Alge-Extrakten, Leute. Oder bin ich mir da schon? Oh, und die schnuppern gut. Oh, die Sachen von Lamer riechen auch wirklich richtig gut, ne? Oh. 3 ist auch wieder größer. Na? So haben wir Feuchtigkeitsspende-Gesichtstonik, ne? Erfrischt und spendet Feuchtigkeit und in einem schönen Sprühfläsch... Sprühfläsch... Gott, ey. Ey, ich sollte mal was trinken, damit die besser sammeln kann. Ähm. Kommt in so einem schönen Sprühfläschchen da, ja? Kann man denn das Tonik besser aufsprühen? Das mag ich auch lieber. Gerade für früh mag ich das. Und sowas steht bei mir immer im Kühlschrank. Diese, na, wahrscheinlich hat man überall dieses Meeresschlick-Extrakt drin, ne? Das finde ich übelst witzig, das Wort Meeresschlick. Finde ich lustig. So, ähm. Ich schnuppere mal dran. Oh, das hat einen schönen, frischen Duft. Oh ja. Also das riecht auch wirklich gut. Wieder was für früh für mein Gesicht. Check. Die 4 lässt erahnen von der Größe her. Finde ich gut, dass sie in der 1 eine Abbruchhilfe reingemacht haben, ne? Das ist wirklich praktisch in der 1 und nicht erst zum Schluss, ne? Es sei denn, du hast so viele wie ich schon rumliegen. Ähm. Wir haben hier einmal das Vitamin Power B-Face Serum. Auch wieder 2 Milliliter. Ne? Das sollte man vorher schütteln, weil das ist so ein, zwei Phasenöl. 5 ist wieder etwas größer. Ein Tag von Nikolaus, ne? Hier haben wir wieder von Marinebries diese Körper, also Marinebries-Reihe. Oder ist alles Marinebries? Ne, ne? Das ist bloß so eine Reihe, ja. Honey. Und Körperlotion zu der Handcreme, ne? Genau hat halt diesen gleichen Inhalt. Dieses Meeresschlick-Extrakt mit drin. Und dieses andere, ja, 30 Milliliter zum Ausprobieren. Ähm, sehr schön. Und das wird halt auch so bisschen wie die Handcreme. So schön fresh. Tage wie 26 sind in einer goldenen Box, äh, dahergehoben. Ne. Davor gehoben. Ne, wie denkt man das? Ach, Honey. Weißt du, heute ist wieder Nikolaus, ne? Wir haben Nikolaus. Da erwarten wir was ganz Besonderes. Und Lamer wird sich da mit Sicherheit was gedacht haben. Zu Nikolaus, ich was ganz Besonderes reinzupacken. Ach, atmen dabei, Honey. Ähm, Time Control Creme, Creme Leicht, Light White Cream. Okay, mit, mit Duft. Okay, ähm, ja. Jetzt weiß ich gerade nicht, was das für eine Creme sein soll. Ist die fürs Gesicht? Weil hier steht nichts weiter oben. Da müsste ich auf der Banderole gucken. Ähm, das kann ich ja nochmal hinschreiben. Ich denke mal, das wird für das Gesicht eine Creme sein, ne? Und eine Probiergröße von 15 Milliliter. Oder ist es eine Augencreme? Leute, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall schreibe ich euch. Aber eine Augencreme mit Duft ist eigentlich immer selten, ne? Ich kann euch das ja mal hinschreiben. Ja, mal wieder was zum Austauschen. Sieben. Nach Nikolaus, ne? Da können wir uns wieder eine Ampulle gönnen. Da freue ich mich. Ich freue mich sehr auf diese Ampullen. Im Age Defense BeFace Ampulle. Genau, BeFace wieder, was man so dieses zwei, ne? Dieses, was man so schütteln muss, damit es eins wird. Meine Güte, ey. Wieder zwei Milliliter. Mal in den Kommentaren, ob das einer weiß und sich damit auskennt. Ich habe mal gehört, Ampullen soll man immer nur für abends nehmen. Also die Barbo-Ampullen sollen angeblich immer nur für abends sein. Stimmt das? Ich habe die immer, gerade immer für den Tag genutzt. Weil Glow-Ampullen nimmt man doch mehr für den Tag. Schreibt mir das mal in den Kommentaren. Vielleicht kennt sich da jemand besser mit aus. Also ich würde auch manche Ampullen auch für den Tag nehmen. Nicht bloß. Die Acht ist wieder etwas größer. Zum Austesten bestimmt wieder eine Creme. Haben wir pflegende Waschcreme? Oh, No-Rising-Creme. Pflegende Waschcreme. Reinigt pflegt. Okay, ähm. Ja. Ist fürs Gesicht, ne? 30 Milliliter und das soll man so mit Wasser aufschäumen für die tägliche Reinigung. Genau. Soll so ein bisschen Rest-Make-up runterholen, ne? Also vorher abschminken. Ähm. Hat die gleichen Inhaltsstoffe mit diesem Meeresschlick-Extrakt. Ich kann es nicht oft genug sagen. Und. Genau. Mache ich sehr, sehr gerne, ne? Also sowas benutze ich sehr gerne für Früh und Abend. Und das sieht dann auch so blau aus. Hat es auch diesen frischen Duft. Also wenn es das noch hat. Oh, guckt mal. Da sind so eine Perlenpartikel mit drin. Seht ihr das? Die werden dann so, wenn man die dann so verreibt, aufgehen. Und die riecht auch gut. Oh, ich liebe diesen Lamea-Duft, Leute. Ja, ähm. Die gehen dann so mit auf, ne? Das steht, glaube ich, auch hier oben. Genau, das sind Vitamin-E-Perlen. Okay. Ne? Freue ich mich. Bin ich mega gespannt, wie die ist. Die Neun ist wieder etwas größer. Wieder eine Tube bestimmt zum Austesten. Oh. Hm. Wir haben da was auch für einen Mann mit drin. Obwohl. Schatzi. Äh. Lamea-Mann-Marine-Care. Haben wir belebendes Body- und Herr-Duschgel? Gut. Ähm. Ja, für einen Mann haben wir jetzt auch hier was mit drin. Das möchte ich jetzt eigentlich nicht so. Na gut. Okay. Dann kann er auch mal. Schatzi kann mal Duschgel von Lamea austesten, ne? Und, ähm, genau 50 Milliliter. Ja. Ähm. Da haben wir, oh ne, dieses, äh, Schlick-Extrakt ist nicht mit bei. Da ist mit drinne Trim, Trimarin, frei von, aha, okay, Parabén, Silikon. Okay. Ähm. Ja. Gut. Das kann ich ja schon mal vorher rausnehmen. Das kriegt er in seinen Adventskalender. Hihi. Ich hab ja für ihn einen Adventskalender, weil der steht ja so auf Gummibärchen. Da hab ich ja Katja's. Ich guck. Oh, das riecht gut. Oh, das wird er mögen. Das riecht richtig gut, Leute. Und dann packe ich mir hier irgendwas anderes rein. Ne? Vielleicht hab ich ja irgendeinen Adventskalender, den ich noch am Ballsessen... Oh, riecht das gut. Oh, Schatzi. Oh mein Gott. Das riecht echt toll. Also, wir sind im zweistelligen Bereich. Da haben wir wieder eine Ampulle. Opsigen-Ampulle. Ne? Wieder zwei Milliliter. Sieht auch schön blau aus. Da muss ich mich mal auch mal belesen, was sie genauer so machen sollen, diese Ampullen. Ne? Ja, das wird man ja mit Sicherheit bei Lamea auf der Webseite finden. Ich kann euch das jetzt leider nicht so sagen, was die Ampullen so machen sollen. Erste Schnappzahl. Die Elf. Die Elf. Die Elf. Hier... Uh, sowas lieb ich. First Perfection Pure Glow Roll-On ohne Duft. 15 Milliliter. Das ist so eine Kugel mit so einer Metallkugel. So eine Kugel mit einer Metallkugel. Das war jetzt auch wieder... Und liegt bei mir auch immer im Kühlschrank. Und das mache ich mir immer früh mit hoch. Das mache ich nur früh. Soll man auch abends nehmen. Aber es reicht zu, wenn ich das immer nur früh mit drauf mache. Und dann hier schön unter die Augen ein bisschen einziehen lassen. Und dann kann man nämlich wieder verwendbare Augenpads nehmen. Das ein bisschen antrocknen lassen. Und die so 15 Minuten oben lassen. Ja, sowas habe ich auch da. Das mache ich auch ab und zu mal. Das ist dann richtig gut. Ist nur mal so ein kleiner heißer Tipp. Halbzeit ist jetzt nicht ganz so spektakulär. Da wird wieder eine Ampulle drin sein. Und dann haben wir eine Good Night Bee Face Ampulle. Ja, gut. Das sagt schon alles. Das ist eine Abendampulle. Soll man wieder schütteln, damit es eins wird. Ja, freue ich mich. Bin ich mega gespannt. Für abends schön, herrlich. Und so eine Ampulle reicht bei mir auch für zwei, drei Anwendungen. Das kommt drauf an. Da kann ich mir noch was auf Hals und Dekolletier schmieren. Reicht trotzdem für zwei, drei Anwendungen. Da mache ich nämlich immer so einen Deckel drauf. 13. Das ist Unglücksal oder Glücksal. Die 13. Was ist bei Lamea? Bei Lamea ist das vielleicht eine Glückszahl. Weil die ist ja relativ groß. Da haben wir wieder mein Lieblingswort. Die Meeresschlick-Creme-Maske. Haben wir hier. Oh, da freue ich mich. Da bin ich mega gespannt, wie die so ist. 30 Milliliter sind hier wieder drin. Ist halt Probiergröße. Ohne Parfüm, ne. Sea-Cylt-Creme-Maske. Ausgleichend und verfeinernd. Ach du je. Dünn auftragen. Auf das gereinigten 10 bis 15 Minuten einwirken lassen. Und mit Wasser abnehmen. Sowas liebe ich. Für einen leichten Peeling-Effekt dabei sanft kreisen. Okay. Gut. Ja, dadurch, ich mache ja Masken. Creme-Masken mache ich zweimal die Woche. Und wenn man jetzt Peeling macht, sollte man auch bloß zweimal die Woche nehmen. Und ja, da passt das dann ganz gut. Und ich freue mich. Aber die ist, ja, die ist dunkel. Das ist jetzt nicht ganz so mein Ding. Da sieht immer das Waschbecken aus wie Sau danach. Aber, die ist ja jetzt nicht schwarz. Aber, ja. Das teste ich trotzdem mal aus. Da muss ich halt durch als durch. Ne, genau. Das ist halt so, wenn ich die Produkte mal austesten. So, 10. Da ist wieder ein Ampullchen drin. Oh, schön blau wieder. Hier haben wir die... Ach, wieder die Hyaluron-Ampulle. Okay, die hatten wir schon in der ersten, ne. Hyaluron. Hyaluron. Soll so ein bisschen auffloppen, ne. Genau. Um ein bisschen für Ausstrahlung sorgen. Hier. Hier holen sich jetzt vielleicht die Ampullen, ne. Gucken wir mal. Aber das ist ja jetzt auch nicht schlimm. 15, wieder was. Eine Tube zum Ausprobieren. Wahrscheinlich wieder 30 Milliliter. Genau. Die AHA Creme Maske. AHA Creme Maske mit Mascarella. AHA. AHA. Hautbild erneuernd und verjüngern mit milden Fruchtsäuren. Oh. 15 Minuten einwirken lassen und Augenparti und mit Wasser abnehmen. Ja, mal gucken. Die werde ich auch mal austesten. Man soll an bestimmten Zeiten, Jahreszeiten, kein AHA und BHA nehmen. Leute, ich muss euch ganz ehrlich sagen, da halte ich mich nicht dran. Ich habe keine sensible Haut. Bei mir ist das jetzt nicht so schlimm, ne. Genau, wann ich die nehme. Und mal gucken, ob ich die ausprobiere. Aber meine Schwester meinte, die wollte mal irgendwas mit AHA und BHA haben. Vielleicht kriegt sie das denn mit zu Weihnachten. Ich weiß es noch nicht. Ich gucke mal, ne. Weil wir haben ja noch die andere Maske. 16 Ampulchen, da haben wir wieder ein Ampulchen. Hier haben wir die Vitamin Power Ampulle, wieder Biface, ne. Hat man die schon mal? Ich weiß gerade gar nicht. Und ja, muss man wieder schütteln, damit es eins wird. 17 Ampulchen, hier haben wir wieder eine Tube, bestimmt zum Ausprobieren. Fußpflegecreme, oh yeah. Genau, 30 Milliliter. Ja, haben wir wieder mehrere Schlick Extrakt, ne. Ähm, Melissenduft ist auch mit dabei. Okay, eine Fußcreme. Bin ich auch mega gespannt. Ich liebe Fußcreme. Ich creme jeden Abend meine Füße ein. Und das ist wichtig, ne. Genau, im Winter wie im Sommer. Mehr im Winter, ne. Genau, und ja, freue ich mich auch. 18, oh, die ist aber groß. Die ist aber groß. Haben wir wieder Marine Breeze von der Reihe. Duschgel, ne. Genau, oh ja, das riecht bestimmt toll. 50 Milliliter. Oh. Oh ja, mh, riecht das gut. Also ja, hat man denn halt nur diese eine Reihe drin. Marine Breeze, Duschgel, gut. Hätte ich vielleicht noch ein bisschen, doch, da gibt es ja auch so andere Duftrichtungen, habe ich gesehen. Meine Mutti hatte sich auch was bestellt. Ja, das hätte ich auch so ein bisschen mehr gefeiert, ne. Wenn sie so ein bisschen so eine andere Duftrichtung anstatt immer die eine. Ich meine, ich freue mich. Man hat dann passend zu der Fresh Breeze Reihe, hat man dann Körperlotion, Duschgel, Fußlotion, Handcreme, ne. 19, 19, 19, 19. Die war auch schon mal mit drinne. Das ist die Oxygen-Ampulle. Ja. Haben wir sie nochmal. Wir sind übrigens in der Weihnachtswoche. Im 20er-Bereich, nicht im 2er-Bereich, im 20er-Bereich. Aber ich habe immer einen anderen Adventskalender gesagt. 2er-Bereich. Oh ja. Wir haben ja eine Feuchtigkeits-Creme-Maske. Also es ist schon die dritte Maske, ne. Okay. Na, dann denke ich, dass die eine Maske mit A, werde ich meiner Schwester mal geben, ne. Weil so viele Masken intensiv pflegend und feuchtigkeitsbindend. Okay. 30 Milliliter. Ähm, soll gut sein. Mild hat Spannungsgefühle und trockenheitsbedingte Fältchen. Das ist sehr gut. Habe ich jetzt aber eigentlich nicht so, ne. Unter den Augen bloß. Aber trotzdem, ich tasse die trotzdem mal aus, ne. Da bin ich mega gespannt. 10 bis 15 Minuten lässt man die oben. Und dann mit Wasser abwaschen. Oder kann man auch auf der Haut lassen. Je nachdem, wie man das wünscht. Da bin wir wieder in der Ampulle, ne. Die Schachtel lässt es. Das ist wieder diese Age Defense. Diese zwei Phasen Ampulle. So. 22. Oh, da ist wieder was Großes drin. Wir kommen zur letzten Schnapse. Klärendes Reinigungsschaum. Sehr gut. Reinigt und klärt. Okay. Ne. Wieder was fürs Gesicht. Da haben wir einmal so ein Gel, was so aufschäumt. Und dann haben wir jetzt halt so ein, auch so ein Schaum, ne. Ja gut. Und dann würde ich aber trotzdem nehmen, ne. Wieder für morgens und abends, um das Gesicht zu reinigen. Das wird auch wieder so riechen wie das andere. 23. Da wird wieder eine Ampulle drin sein, die wir mit Sicherheit schon mal hatten. Und hier haben wir, oh ja, wir haben ja die Good Night Ampulle. Auf die bin ich mega gespannt, ne. Dann kommen wir, ihr Lieben. Wir kommen jetzt 24 und die ist golden. Und der aufmerksame Zuschauer hat bestimmt aufgepasst, was jetzt fehlt. Genau. Ich gehe mal von aus, eine Augencreme. Ne. Hier wird eine Augencreme drin sein, denke ich mal, ne. Anheiligabend. Und. Hö. Ja gut. Secrets Beauty Elixier. Okay. Es ist keine Augencreme. Es ist dann sowas wie ein Serum, denke ich mal. Ich blende euch hier nochmal ein, was es sein soll, ne. Aber ich denke mal, das ist wie so eine Art Serum. Und 15 Milliliter ist gut, ne. Finde ich schon. Nobel verpackt, ne. Und so. Das sieht ganz Nobel aus mit dem Silber hier, ne. Ja. Bin ich gespannt. Freue ich mich. Ich freue mich mal, die Produkte auszutesten, ne. Fazit von dem Adventskalender. Äh, ja. Es sind erstmal Sachen zum Ausprobieren. Wenn dann mir wirklich, wenn mir die Sachen gefallen, aber ich denke, dass die mir gefallen werden, dann werde ich mir vielleicht im nächstes Jahr den großen Adventskalender mal holen, ne. Vielleicht lohnt sich der mehr. Ich werde mir mal von irgendjemandem anderes das Unboxing angucken, was in dem großen Kalender drin ist. Weil den wette ich mir nicht noch. Ich will ja erstmal den ausprobieren. Ich finde, es hätte schon ein bisschen mehr Abwechslung. Die Ampullen haben sich wiederholt. Finde ich jetzt aber nicht schlimm. Aber so vielleicht mal so ein bisschen andere Düfte auch so, ne. Die haben ja mehrere Düfte zur Auswahl. Das hätte ich mal ein bisschen mehr gefeiert, ne. So ein bisschen, ähm, ja. Man ist versorgt. Ich sage mal, von Gesicht bis Fuß. Für die Haare ist jetzt nichts dabei, ne. Kein Shampoo und Conditioner. Ist ja auch nicht schlimm. Muss ich auch nicht haben. Ich bin froh, dass hier kein Shampoo, kein Conditioner, keine Haarmaske mit bei ist. Das hat man schon zuhauf in den ganzen anderen Adventskalendern, ne. Und, ähm, da bin ich echt froh, dass mal sowas hier nicht dabei ist, Leute. Jetzt mal ernsthaft, ne. Ich kann mich mit Haarprodukten, kann ich mich zuschmeißen. Und ansonsten freue ich mich, den Kalender mal die Sachen auszutesten, ne. Ihr könnt mir ja gerne mal so eure Meinung in die Kommentare schreiben. Was ihr dazu sagt, ne. Wie der euch gefällt, wie gesagt. Link packe ich euch unten in die Infobox. Und ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, dürft ihr mir gerne ein Däumchen nach oben geben. Und lieber da lassen, hier zum Schluss blende ich euch ein. Playlist von meinem Adventskalender-Unboxing siehst du hier. Hier siehst du meinen Kanal. Kannst du völlig kostenlos abonnieren. Würde ich mich richtig drüber freuen, ne. Hier unten siehst du Video-Vorschlag und den aktuellsten Upload. Und ich sage Tschüssi. Es war mir wieder ein Fest. Macht's gut, eure Hanni. Ich ja offen dir die Lin侮 那lich in das auch anFF. som geht mal eben dieses Press.